Welcome back zu einem weiteren Video Spider-Man 2 Und wir gehen rein in die Mission Neuer Look Peter sucht nach Connor in Death's House Und im vorherigen Video haben wir uns natürlich schon vorgekämpft Und wir gucken was jetzt auf uns zukommt Er hat sein grünes alter Ego im Griff Dr. Connors? Dr. Connors? Sind Sie da? Wie lange läuft das Ding schon? Ok Connors Familie Seine Frau ist wohl mit dem Sohn ausgezogen nach dem ersten Lizard Fiasco Nicht dass es Craven interessiert Craven Baby out the door I'm gonna take this no more Das Zimmer seines Sohns So, das hatte ich nie als Baby Irgendwie ein Scheit ganz schönes Seil Aus geht noch Bleiben drin Zwei Waschbecken Aber nur eins benutzt Das war's mir grad nur Fälscher bei Connors Wollen wir die T-Shirts an? Das war's mir grad nur Fälscher bei Connors Wollen wir die T-Shirts an? Und weist mich darauf Kenner von euch hin? Molekulare Mechanismen Der genetische Rekombination Faktor ist mal interessant Sind vor allem benötigste sich Regenzen im Ausklar Genetische Rekombinationsforschung? Er wollte sich zu Hause heilen Aber Experimente im Wohnzimmer sind schwierig Süß Das gleiche wie bei Mobile Die, 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 die Pädet ihr als Kind den Mobile? Ich ne Oh Mann Was hat Craven mit dir gemacht Doc? Diese Blutproben sind für einen Genomanalysator Hat Connors hier ein Labor? Hier ist er durch Wie kannst du noch stehen? Hallo? Keine Zahlen auf der Tastatur Ach Die gleiche Tonart wie beim Klavier Vielleicht Die gleiche Tonart wie beim Klavier Die gleiche Tonart wie beim Klavier Die gleiche Tonart wie beim Klavier Oh mein Gott Der hat wohl ihn Und seine Familie Geschützt wenn er einen Anfall hatte Ein Bewegungssensor löst du vor etwa 30 Minuten die Sicherheitskameras aus Was hat er mir? Injiziert! Er wollte sein Blut überprüfen Na los Dr. Connors kämpfen sie Oh Mann Craven wird dafür büßen dass er Connors und seine Familie so quält Er hat nicht gehalten Genau wie es Craven gefällt Er hat nicht gehalten Die Bestia könnte überall sein Die Bestia könnte überall sein Ihr habt ja keine Ahnung Der ist eine fantastische Beute die Craven würdig ist Ich werde euch sagen Wie es hier ablaufen wird Ihr lasst Connors in Ruhe Das hat er nicht verdient Aber wenn ihr oder Craven ihn weiterjagt Dann kriegt ihr es mit mir zu tun Das ist ein bisschen witzig Das ist ein bisschen witzig Die ganze Lizardjagd endet jetzt Die ganze Lizardjagd endet jetzt Weiß Craven was er Connors angetan hat? Jeder passt Nur um etwas zu beweisen? Ist das alles nur ein Spiel für ihn? Ist das alles nur ein Spiel für ihn? Wenn du und Lizard geht toll Craven will eine Jagd? Ich gebe meine Jagd die ihr nie vergessen Ich da war beide Aside mit Craven Craven kriegt euch beide Er wird bereuen je nach New York gekommen zu sein Ich schieße § Wir werden den Spur verloren Oh, wo sind die Stöcher? Satelliten scannen alle aktiven Feeds. Trianguliere Position. Ziel ist auf dem Haarlem-Fischmarkt. Alle Teams dorthin. Lizard ist auf der anderen Flussseite. Ich schaffe es nicht rechtzeitig. Ist das von 1800? Ich mag die Zöpfe. Okay. Okay, ich sehe es. Die ist noch da draußen. Die Stadt braucht mich. Spider-Man. Jetzt. Sekunde. Pete? Das ist los. Der Markt? Ja. Ja, ich komme hin. Tut mir leid. Ich schreibe dir. Wunderschön. Das Wandbild, meine ich. Ich schreibe dir. Ich schreibe dir. Deine Augen am Himmel. Der? Lizard? Ja, gut. Außerdem hält Hayley mich ververrückt, weil ich Lee finden will. Das tun anscheinend alle. Wir beschützen dich. Rachepaar. Ich bin nicht auf Rache aus. Dad hat immer an zweite Chancen geglaubt. Aber das ist dir nicht der Fall. Es ist meine Aufgabe, euch zu beschützen. Und nicht umgekehrt. Alles klar. Okay. Ich starte schnell meine Ausrüstung. Wer nicht mungkin? Doch. Ich mache nichts mehr. Du brauchst, mich zu bitte. Ich bin nicht mehr. Du sprichst, das sind einige Paaren. Ich kann es nicht mehr schauen. Ich mache nichts mehr. Sierra, die места ist nicht nachshaul governo. Ich muss hier passieren. Ah, ich krieg wohl Gesellschaft. Alle raus! Na los! Los, los, los! Zayatins, bleiben zusammen. Sie verfolgen Lizard mit Drohnen. Vielleicht kann ich das auch. Ein passives Verteidigungssystem? Ja! Gut so wissen! Ich halte mich fern! Sie dürfen Lizard nicht zuerst finden. Ich muss sie loswerden. Ich muss sie loswerden. Verteilt euch. Wenn ihr den Lizard findet, seid ihr zu allein. Hey Mann, habt ein Feed auf der Kampfstation. Haufenweise Jäger. Suchen sie Lizard mit den Vogeldrohnen? Ich glaub schon. Warum? Hab ne Idee. Ich probier's und du räumst das Lagerhaus. Danke für deine Kooperation. Schrapp, 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 schrapp. Das ist das Werk der Spinnen. Einige Wadern, glaube ich. Genau. Ich sauge euch, kleinen Stripper. Ich bin immer auf der Spur. Feier das! Ich kann aber schnelles Spider-Man sein! Ach, das war's für dich, Kleiner! Ach, komm! Ja! Ich bin immer auf der Jacke, die Freunde. Es wird nie langweilig, dich schocken, Vẫn. Ja! Wie? Wie? Ist ja auch… Wie? Ja! Ach! Es wird nie langweilig, dich schocken, Vẫn. Möbel zu sehen. Und wir haben das Vögelchen. Kann dein Anzug auf das Motherboard zugreifen? Okay. Ich versuch's mal. Okay. Mein Anzug verbindet sich. Zum Glück gibt's Yonix. Okay. Ich reboote den Höhenmesser und... Es lebt! Wie seh ich aus? Wie eine Robo-Drohne, Mann. Und eine Robo-Drohne, die Lizard aufspürt. Hammer. Das ging ja schnell. Sieht aus, als wäre er dadurch. Wow. Okay, das Handling ist echt mies. Wow. Wow. Das wird übel. Gank? Alles klar? Ja. Aber ich glaube, dieser Weg ist blockiert. Kein Problem. Wir sehen uns drüben. Die Garage führt vielleicht zu gunkig und lässer. Dann mal los. Oh mein Gott. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Das war er. Was wohl hinter Tor Nummer 1 lauert? Mann! Wo zum Teufel warst du? Keine Ahnung, aber es war übel. Bei mir auch. Lass uns diesen Lizard finden. Okay, ja. Die Drohne hat ihn aber nicht im Blick. Er ist hier irgendwo. Sein Schwanz hat mich fast erwischt. Die Daten der Drohne sind unvollständig. Wir sind gerade sprung. Nur die Haut. Heißt das nicht? Er wird größer? Und hungriger? Okay. Hey Mann! Neuer Lock? Hier wimmelt es von Jägern. Irgendein Zeichen von Connors? Äh, ja. Genki kann ihn aufspülen. Hey, Mr. Parker! Mr. Spiderman, meine ich. Aber die Daten sind nicht komplett. Damit könnte ich helfen. Äh, ist das los? Hey, Sekunde! Tu es da rein! Ein gebauter Scanner. Praktisch. Oh Mann, das sind tolle Daten. Eine Sekunde. Okay, ich glaube ich hab was. Genki, nicht so schnell. Das war ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab keinen Magen, also... Hinterher! Los, 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 los! Nicht füllen! Ich darf Connors nicht verlieren. Harry stirbt. Und nur er kann helfen. Keine Sorge. Du nimmst die Drohnen, ich die Jet Skis. Ja, wenn darf man in die falsche Richtung schwingst. Na. So muss das. Das ist wirklich, wirklich aufregend. Bleibt dran, Mann. Achte auf die Drohnen. Keine Sorge. Die denken, ich gehör dazu. Kann ich das mal auszeigen? Spiderman! 1970. Perfekt pro Neue. Pro Neue. Was macht denn der Jet Skid oder? Außer der andere Spidey. Hilf dem Aussichtsboot! Okay! Ich übernehme den Metallmördervogel! Ich sagte doch, du sollst Connors aufgeben! Das geht auf dich! Giftige Wolken! Mehr könnt ihr nicht? Bin ihr fast fertig! Alle ziehen die Listen in Sicherheit! Und bei dir? Der Kampfhubschrauber ist zäh! Bin direkt hinter dir! Wir kümmern uns zusammen drum! Keine Zeit! Ich krieg dich! Zeit für einen Knall! Oh nein nein! Spider-Man! Das ist eine Abwehr! Spider-Man! Halt durch! Da drüben! Der mit den Ranken! Los! Los! Godzilla kommt! Geil! Oh ja! Der ist gleich hinter dir! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Ich will kein Litterfutter werden! Ich will kein Litterfutter werden! Kaer der ist eine Abwehr! sein Wir versuchen, den Helion zu schalten. Komm aber nicht ran! Aber ich, ich gehöre zu ihnen. Schon vergessen? Mann, das ist es. Pete! Eddie, hoch auf drei. Okay. Eins, zwei, drei! Eddie! You! Ja! Wer ist denn gekommen? Schon gut, Pete. Ich hab den Tracker. Beeilen wir uns, bevor er zu weit weg ist. Nein! Er gehört mir. Bist du sicher? Er hat Riesenzähne. Die hab ich auch. Ähm, normalerweise ist er nicht so, oder? Nein. So ist er sonst nie. Laut Tracker ist Connors in der Kanalisation bei der Upper West Side. Los! Oh mein Gott, du hast recht. Hey, hattest du Glück bei Connors Haus? Na und klar. Aber ich verfolge ihn gerade. Was ist los? Nichts. Klingt aber danach. Mal zwar unkonzentriert. Wir hatten Lizard fast. Obwohl ich heute auch mal erzähle, ist er. Der Schwarz ist. Manchmal ist es einfacher, Dinge selbst zu tun. Das ist nicht fair, Pete. Wir sind ein Team. Ja. Wir brauchen gerade einfach Connors. Für Harry. Okay. Sag Bescheid, wenn du ihn gefunden hast. So, also Pete fängt schon langsam an, symbiontische Züge anzunehmen. Lassen wir uns überraschen. Ich vermute, jetzt kommt ein krasser Fight, wenn wir Lizard finden. Du wurdest der Weltverfolge Lizard und Heide Connors. Im nächsten Video, im Stream, geht's direkt nahtlos an das Video weiter. Peace, peace, euer Alex.